Loll, vor der Kirche stehen auch zwei Zelte, drei Zelte. Was ist da drinnen? Nichts. Was ist da drinnen? Wetten? Nichts. Wow, wer hätte es gedacht? Das heißt, da könnten wir auch nicht durch. Ach komm, das kann doch nicht sein. Oh, da kriegt man sch... Ah, Knochenbruch! Elektro-Schul... Können wir doch nicht in eine scheiß Kirche, das kann doch nicht sein. Die Kirche kommen auch nicht. Nee, weil da zwei Zelte da verstand. Ja, durch Zelte können wir doch durchlaufen, oder? Boah, mein Blut ist schon ziemlich rot, ey. Ja, warum? Ich hau jetzt einfach ein bisschen Essen weg. Da wüsste ich ja noch. Ja. Da ich jetzt viel Essen dabei habe. Und die jetzt essen, glaube ich, kriegt 200 Lebenspunkte. Oh, oder? Dann gehen wir halt nicht in die Kirche. Gott sei Dank habe ich bei dem Hero-Scan Morphin gefunden, ey. Hero-Scan. Ich wäre Richtung Elektro da vorbei hin. Ah, in Czerno gibt es ja nur die zwei Militärzelte. Da werden wir mal hinschauen. Da werde ich mal hinschauen. Also jetzt wenn mich einer snackt, der braucht nicht viel Schüsse. Nicht viel Schüsse. Haha. Ja, Spam halt eine werbungreißes Klauen. Schauen wir mal in Cz.de. Lutsch mir die Eier. Ah, da ist auch noch ein Heckhaus. Äh, Eckhaus. Kein Heckhaus. Heckhaus, das wo hängt? Schon wieder ACP, Muni. Und eine Banache, ey. Boah, ne. Mit waren wir nicht schlecht. Ja, das wäre wirklich schlecht. Ja, hier bin ich schon wieder loslaufen. Ja, hier bin ich schon wieder. Oh, ein Kompass. Ein Zombie. Verfolgen. Da steht auch erzählt, Alter. Mit zu mir verarschen. Oh mein Gott, mein Schnauftschubi. Ja, ein verrückter, ey. Das heißt, ich kann jederzeit in Ohnmacht fallen. So alt bin ich schon. Da liegt auch Munition, aber die brauche ich nicht, ey. Weiß nicht wohin damit. Oh, sag. Ja, hab ich schon was. Ja, hab ich schon was. Uh, Ferngläser. Oh, mein Hauptwaffe war auch mir nicht schlecht. Ey, such dir doch einer. Wasserflasche. Pantagen über Pantagen. Wir haben ja eine andere, was mir ein Bloodbag gibt, ey. Ich fresse mich gerade gesund. So wie in echtem Leben. Ha. Oh, lupf. Mein Rucksack, eine rein. Ach, wenn wir so einen scheiß dumm Anfall setzen. Gott schau an dir, ey. Wo steht das? Unten. Muss ich mal drauf, mein Server aufgehauen. Drauf machen wir jetzt. Hm? Kannst du mir drauf machen? Ja. Kann ich auch machen. Wann? Ha. Gestern auf Nacht hab ich auf mein Server 19 Hacker gebannt. Wow. 19, ey. Muss mir das geben, ey. Ich glaub jetzt, riechst du ne Elektro. Nein, jetzt hab ich nur zu den zwei Militärzelten, dann hab ich noch Elektro. Ja. Oh, shoot. Un-Elektro. Und wieder. Das ist das Hotel. Ja. Komm ich immer nach vor. Nein. Heh. Ja, jetzt sag mir, wo du bist. Haha. Wo bist du denn? Fragezeichen. Ich setz hier deiner, äh, hier unterm Baum. PANG! Tod. Verdammt. Wer steht in Elektro? Ne, wer steht in Elektro? Elektro? Leck mir das Elektro. Mein Gott, die laufen in Ciano durch die Gegende. Okay. Bin ich lebensmüde? Ja. Bin ich hier ganz lebensmüde. Ich versuche jetzt meine Leistung zu bauen. Ich laufe jetzt grad zum, zu den Militärzelten. Dann sind Spieler. Die dürfen mich nicht sehen. 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 Und Ciano schaß, bis sieh ruhig aus, meint man. Wie, was? User when your channel joined? User joined your channel. Nein. User joined nicht den channel. User left your channel. Oh. Ihr habt nichts gehabt, dass er den Channel er karaoke. So leer. Baut er sich nicht schwer zu finden. Jemand macht Hilfe von mir. Loll. Hau ab. Gssst. Hau ab. Ich brauch Penkeles. Du, ich muss hier weg. Ah, ich hab ja Penkeles. Nehmen wir viel nochmal mit. Zwei Stück. Zwei Blood Bags. Ippi brauchen wir nicht. So ist brav Zombie. So gefällst du mir. Schauen wir zu den zwei Militärzelten. Wow, jetzt sagt man das ist ein Spieler. Das ist ein Zombie. Was haben wir denn Feines herinnen? Uhhh, AK. Eine AK hab ich gefunden. Eine AK-74. Eine Militär-Light. Denken Sie mir. Was? Das Militär-Light. Nein, die AK. Ne, die brauche ich selber. Ja, ich hab meine Leiche gehalten. Ah, das ist böse. Und was liegt da noch? AK Munition. Smokegranate. Und G-17. Uhhh, da liegt... Ah, da liegt der PDB. Jetzt so ein Magazin. Ey. Sei verflucht. Der Revolver weg oder ein PDB? In einem PDB. Und dann mit zwei Magazinen dabei. Guten Abend. Ich hab jetzt einen Revolver mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Magazinen weggelegt. Ich seh grad, da gibt's ja wieder kein Fadenkreuz. Seh ich jetzt erst. Hab mich eben gemerkt, mich geschossen hab. Seh, ich laufe zur Richtung Elektro. Geo, für die du konntest du da nur Bloodpack geben. B, du haust da. Ja. Bloodpacks hab ich grad eingeleitet. Ja, ihr wart zwar dabei. Das Problem ist, ich kann jederzeit... äh, umfallen. Wie viel... Bloodhobin eigentlich. Nein, nicht Abort. Gameoptions, Debug. Ich hab nur 5789 Blut. Weicht doch. Also, Spann steht ziemlich schwarz-weiß. In der Fabrik, kraftwerkfreundlich. Das nein. Hm? Zombie, lass mich da unten, der da steht, bitte. Bist du das? Nein. Nein, geh weg. Ich schieße. Drei. Wenn er schreibt, dann weiß er ganz genau, dass er nicht schießen kann. Zwei. Eins. Wo's killet. Wenn ich dich jetzt sehe, bist du dann... Bam, bam, bam. Oh, Mann. Boah, ich muss bei Kunde zu machen, es ist arschkalt. Berlin, Tag und Nacht. Pass immer bei Korn auf. Spieler, lass mir die Uhr. Lass ein Spieler drin. Ich hab ne Waffe ohne Munition. Oh, das ist der der Zelt. Hätte ich bei einer übersenken. Und wie kann man Leute umbringen ohne Munition? Erzähl ihnen Witze, bis sie tot und vor allem verlachen. Mal schauen, was in dem Zelt drin ist. Wärts nichts. Oh, nein. Was? Ja, ich... Wo bist du genau in Elektro? Der Typ stirbt jetzt! Was? Der Tisch stirbt jetzt? Der Typ stirbt jetzt! Also... Weil... Du bringst nur mit deinem Karate, oder wie? Der Typ stirbt nicht! Das ist wie ein Klon von irgendeinem Dumpenhaus! Der Typ stirbt jetzt! Mal schauen, ob es hier eine Leiche im Leichenhaufen versteckt... Ehm... Nein! Der Melisberg! Nice! Lieber PDW und der AKF... 74? Der Melisberg! Und den Tschechen... Rucksack! Und ich bin unterwegs Richtung Elektro! Und wir laufen und laufen und laufen mit 11 FPS! Nanananana! 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 Die zwei bei dem Kraftwerk! Peace! Frieden! Die zwei bei dem Kraftwerk! Frieden? Nein! Die zwei bei dem Kraftwerk! Hm... Hm... Ich meine, die Ässer oder Sänzer, oder nicht? Ja, komm rein! Was ist, wenn ich jetzt nochmal überschreibe? Was passiert da? Eigentlich darf man nicht jemandem überschreift! Ja doch, schau! Was hab ich jetzt, wenn ich schreibe? Jetzt steckt nicht unten Losing Connection! Und... Und... Loll! Keine Ahnung! Nice! Ich müsste bestimmt die... Patrick was killet! Haha, bist du freundlich! Ja komm rein! Bam! Patrick was killet! Hey! Ja! Ich? Hier ist ich und wir sind in Let's Play! Wer ist ich? Haha! Ich bin ich, du bist du! Hast du den Server schon zurückgesetzt? Oder vor allem war mein Neustart? Ähm... Kannst du mal so machen, dass alle Fahrzeuge ein Neustrohren? Weil... Das ist nicht Dreck, deswegen den ganzen... Wie soll ich das machen? Da muss ich gerade den Server Neustart... Äh... Neu installieren! Und das darf ich nicht! Laut Zapp! Warum darf man das? Weil du dann eine bestimmte... Dings nicht mehr brauchst wieder! Ja... Nein... Aber als letztes sind doch eh alle Fahrzeuge offen... Ich brauche erst zu machen... Ja... Es sind halt schon... Äh... Autos wieder... Wo... Da wo es denn eigentlich war... Wie bitte? Ja... Also... Ich hätte gerade kurz ein Auto... Das ist mein Herz... Ganz kurz wiederholen... Nein... Okay... Okay... Hüschi... Ja...